Bergdruhe und Fantasy on Snow kommt! In diesem Jahr setzen wir noch einen drauf. Wir, wir, wir laden euch am Samstag, den 15. Dezember nach Kirchberg in Tirol ein. Erlebt mit uns einen unvergesslichen Festentag in dem Skigebiet der Alpen. Gitzbühl. Und mit Einladen meinen wir wirklich Einladen. Denn ihr bekommt alles for free. Busfahrt inklusive Frühstück, Tages-Ski-Pass und After-Pisken-Party. Alle Infos zu Fantasy on Snow in den Kitzbühler Alpen auf fantasy.de Wir spielen in neuen Hits. Mehr Chats, mehr Stars, mehr geile Musik, Radio. Fantasy. Und die Applaus für Paul! Das, was ich bin! Das, was ich bin! Das war's für heute. Alle Infos zu Fantasy on Snow in den Kitzbühler Alpen auf fantasy.de